Margarete, warum machst du dein White Belt? Und jetzt erst? Und jetzt erst. Also ich mache ihn hier ungefähr seit vier Jahren, fünf Jahren. Irgendwann kam ich in Romanas Klasse und war sofort vollkommen weg. Romana rührte in der Luft rum und ich fand das unheimlich toll. Und dann habe ich ein bisschen natürlich dazugelernt und irgendwann war einfach Intuition, und jetzt mache ich mein White Belt und dann gab es auch direkt einen Monat später in Hamburg den Kohl's Bay an. Und ich muss sagen, es hat meine Erwartungen übertroffen. Es ist noch viel besser und was ich echt besonders toll finde, ist auch der Ausblick, was mit NIA noch möglich ist. Das glaube ich, wissen wir noch gar nicht so mit dem White Belt, aber es ist einfach eine ganz wunderschöne Sache und macht ganz, ganz viel Spaß.